Um uns und späteren Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, setzen wir auf eine fossilfreie Zukunft. Eine große Aufgabe, die wir nur gemeinsam schaffen. Als Anlagenbetreiber ist es nicht immer leicht, grünen Strom langfristig wirtschaftlich zu produzieren. Darum ebnen wir einen Weg, auf dem jeder seinen Beitrag leisten kann und dabei trotzdem wirtschaftlich bleibt. Wir bieten nachhaltige Lösungen für Erzeuger erneuerbarer Energien. Egal ob Sie eine Windkraft- oder Solaranlage planen oder betreiben, wir haben die passenden Angebote für Sie. Sie profitieren von Vattenfalls Expertise am Energiemarkt und können sich mit uns schon im Vorfeld wirtschaftlich absichern, mit oder ohne EEG-Förderung. Mit einem Greenfield Power Purchase Agreement, kurz Greenfield PPA, sichern Sie bereits in der Planungsphase Ihre Finanzierung ab und sind unabhängig von schwankenden Großhandelspreisen. Wir garantieren Ihnen die Abnahme Ihres grünen Stroms zu festen Konditionen und tragen damit zur Wirtschaftlichkeit Ihres Projektes bei. Wenn Sie bereits eine Windkraft- oder Solaranlage betreiben oder in eine solche investieren, bekommen Sie mit uns einen sicheren Partner für die EEG-Direktvermarktung Ihres erzeugten Stroms. Wir ermöglichen Ihnen ganz einfach, Ihren produzierten Strom in den europäischen Strommarkt zu integrieren. Dabei gehen wir natürlich auch auf Ihre Bedürfnisse wie individuelle Laufzeiten ein. Das Beste. Vattenfall trägt die Vermarktungsrisiken und dank der hohen Bonität unseres Unternehmens sinkt das wirtschaftliche Risiko für Sie als Betreiber. Und auch wenn für den Betrieb Ihrer Anlage die EEG-Förderung ausläuft, helfen wir Ihnen, Ihren grünen Strom weiterhin wirtschaftlich zu produzieren und ihn mit Vattenfall zu festen sicheren Konditionen am Markt zu vertreiben. Wir übernehmen gern alle energiewirtschaftlichen Aufgaben für Sie. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Unterstützen Sie eine nachhaltige und fossilfreie Zukunft. Immer mit einem starken und engagierten Partner an Ihrer Seite.